ich wollte euch heute in einer halben stunde ein bisschen was über freies silizium erzählen mein name ist hagen ich bin auch ein bisschen überraschend dazu gekommen aber in der historie sehen was wie es passiert ist also ich bin chipdesigner ich mache das irgendwie schon seit zwei dekaden ja ich habe auch mal layout gemacht ganz früher und jetzt halt solche sachen fangen wir mal an also das ist die übersicht so ein bisschen warum freies silizium wo wir eigentlich im augenblick stehen was wir so an baustellen haben was wir planen und sozusagen die infos für euch so zum anfüttern erstes erstmal stellt euch mal vor ihr wollten chip machen was passiert er geht in die feb rein gibt es einige auch in deutschland ihr unterzeichnet drei verträge nennen sich ndes wie non-disclosure agreements also geheimhaltung vereinbarung ein einfach dafür dass ihr sozusagen die prozessbibliothek sehen könnt also was für ein prozess ist welche abmaße irgendwelche strukturen haben welche widerstände darauf sind also im ganzen physikalischen geschichten so drumherum ein vertrag unterschreibt dafür die bibliothek also wenn ihr um den chip machen wollt dann machte ich sozusagen nicht aus dem blanken raus dass ihre eigenen transistoren zeichnet das ist eher unwahrscheinlich er fangt meistens anders sagt okay ich will jetzt irgendwie und gatter haben oder gatter an vipf oder ram oder irgendwie sowas dafür unterzeichnet ja eine eigene bibel in einen ende ist der zweite und dann kommt noch ein dritter dazu und der dritte sagt die ganzen vertragsdetails also sachen wie von wegen welche anzahl an wefas die feb euch verspricht liefern zu können jeden monat wie viele ihr versprecht jeden monat abnehmen zu können dazu wollen wenn solche sachen welche preise hatten wir fahren wie viel kostet das eigentlich alles welche lieferzeiten müsst ihr rechnen also von wegen wie lange dauert das ist der wefer dadurch diese ganzen ganzen feinen details ist der dritte ende jedes mal irgendwie mehr oder weniger mit blut unterschrieben und ihr legt eine ganze menge geld auf den tisch wenn das geld setzt sich so ein bisschen zusammen mehrere punkte also ein punkt zum beispiel ist ihr kommt ja meistens wo es rein mit einer beschreibung verilog vdl oder sowas und ist ja noch kein chip ist eine behavior beschreibung also verhaltens beschreibung wie auch immer das muss ja erst identisiert werden denn die netzliste kommt dabei raus die netzliste wird halt platziert auf dem chip oder platziert wird gerautet also die verbindungen zwischendurch gelegt wenn es irgendwelche timing probleme gibt also geschwindigkeit nicht eingehalten muss vielleicht rumgeroutet werden verschoben werden können diese ganzen layout geschichte dass am ende dann sozusagen für die fab selber ein gds2 file rauskommen müssen muss euch vorstellen wie wie gerber für pcb entwicklung so ein standardformat für die und ja dafür legt der geld auf den tisch also für diesen engineering prozess weil könnt ihr nicht selber machen ihr habt nicht erfahrung dazu beauftragt entweder eine firma dafür drittfirma oder gleich die fab selber wenn sie es anbieten ihr legt geld auf den tisch für den maskensatz jeder prozess ist unterschiedlich kompliziert gibt es von relativ kompliziert bis richtig kompliziert und je nachdem welche prozessstritte die dabei haben also welche reihenfolge sie was machen aber wenn irgendwelche masken fertig diesen bisschen größer als die strukturen die letztlich drauf kommen sollen aber das kostet auch geld die müssen ja ziemlich genau sein die müssen genau dann letztendlich übereinander zum liegen kommen also ihr wollt ja keinen versatz haben in den ganzen schichten aber so ein maskensatz sind irgendwie mal früher waren es mal 30 jetzt sind wir irgendwie so bei 100 jede maske kostet richtig geld in der fertigung das legt ihr auf den tisch und dann ist es so ihr kauft jeden einzelnen wefer müsste auch so rechnen ein paar tausend einfach so gibt es ja verschiedene größen also jetzt sind warum so bei 300 millimeter also pizza größe kommt darauf an wie also frage war wie viel chips darauf passen wäfer das kommt darauf an wie groß der wäfer ist und wie groß der chip ist die maske die also die maske selber ist meistens für so ein teil schiff also dass man sozusagen vier chips zusammen auf eine maske drauf macht und dann sozusagen mehrmals dieses teil auf den wefer belichtet okay aber ach so macht man kauft ja ja machen wir dann später also er kauft sozusagen den wefer ihr bezahlt die ganzen processing kosten also wenn sozusagen der wefer da im körbchen da durch die ganzen maschinen durchgeht und so weiter man am ende habt ihr den test noch zu bezahlen und kriegt dann sozusagen irgendwo getestete vereinzelte chips wenn er noch vereinbart noch mit gehäuse drumherum ist noch mal ein bisschen teuer jedenfalls eine ganze menge geld da reden wir irgendwie von millionen mehrstellig macht man nicht einfach so aber wenn jetzt zum beispiel und jetzt streit hat mit der firma also sagt gefällt ihnen nicht und die können irgendwie nicht liefern oder sie sind gerade abgebrannt am erdbeben oder sowas ihr könnt selbst euer das ganze design was ihr bezahlt hat was sind die maskensatz die nae kosten und so könnte nicht einfach mitnehmen und sagen ich gehe jetzt mal zum anderen so wie er von wegen ein bauplan von einem architekten mitnehmen können zum nächsten architekten gehen und so bau mir mal geht hier nicht weil ihr habt ein problem mehrere also die technologie kann völlig anders sein die standard zellen sind nicht austauschbar also die eine verb benutzten die zellen in anderen fern sind wieder andere zellen die haben vielleicht unterschiedliches timing verhalten und damit geht eure ganze schaltung einfach nicht mehr oder lassen sich einfach nicht austauschen haben unterschiedliche beinchen dran also ein und ausgänge und so weiter die masken welt ja wahrscheinlich nicht bekommen also niemand wird euch sozusagen die maskensatz in die hand drücken und sagt geht nicht der maskensatz passt wahrscheinlich auch nicht zur nächsten technologie also in einer firma fahren sind an technologie die brauchen deswegen anderen maskensatz an reihenfolge an aufbau und so weiter diese ganzen nae kosten also in nanore curing engineering dieses ganzen kram ja ihr habt ihr einmal eine tonne getreten in der nächsten feb macht das noch mal und das ist ein riesen batzen geld so das ist jetzt zu vielleicht irgendwie sagen selber machen und dafür braucht man mal ein prozess wo sozusagen die ganzen informationen frei sind und man sozusagen ohne diese ganzen nds dafür auskommt okay was bisher passiert ist der david lansendorfer müssen schweizer der treibt sich aber in hongkong rum der hat an der hkust also eine hongkong university of science and technology ein reihenraum aufgetrieben der anmietbar ist also da stehen die maschinen drin ja und man kann sozusagen wenn man irgendwie guten plan damit und begründeten plan wie man was machen will kann man sagen ich möchte gerne da drinnen wie verfährt die bieten auch die wafers an der david hat auch geld aufgetrieben dafür und er hat zum letzten kongress ein lightning talk gehalten und das ist der punkt wo ich da reinkomme ich habe den lightning talk selber nicht gesehen ich habe mir danach auf dem media ccc.de angeguckt wenn mir jemand tipp gegeben hat sagt guck dir das mal an jetzt sieht so aus wir sind etwa ein dutzend leute auf einer mailing liste wir treffen uns jeden sonntag 21 uhr hkt also hongkong time ja zu mambeln das ist umgerechnet jetzt irgendwie nach deutschland sommerzeit um 15 uhr glaube ich vorher war es irgendwie 14 uhr und wir fressen nährbücher der letzte punkt ist der wir haben also david hatte die idee gehabt ja es gibt da irgendwie so bei moses das amerikanische universitätsprogramm gibt es da irgendwie schon bibliotheken für 180 nanometer 180 nanometer kann schon ein bisschen klein sein das ist aber so das letzte was sozusagen gibt alles was kleiner ist gibt es nicht mehr ich habe meine 180 nanometer angeguckt und gesagt macht so viele probleme die lehrbücher hören etwa alle bei einem mikrometer bei einem halben mikrometer strukturbreite auf also bis dahin ist sozusagen alles irgendwie so akademisch gewesen das war so ende 19 hat alles lesen können danach fing es so richtig an dass die firmen viele sachen halt nicht mehr publiziert haben man kriegt jetzt einzelne punkten kriegt man irgendwelche lehrbücher papers und sowas aber nicht mehr fürs ganze und sozusagen ein einstieg dafür ist sagt okay man versucht sich erst mal in einen mikrometer so ein paar baustellen der erste baustelle ist der prozess selber also wir müssen uns wirklich mit den lehrbüchern hingucken was brauchen wir wie silizium oxid als isolator wie bauen wir das auf wie kriegen wir es dann wieder planen dass man sozusagen die nächste schicht darauf hin diese ganze prozessentwicklung das macht auch richtig der david der beißt sich dadurch er hat irgendwie auch mit der dotierung schon herumgerechnet die ganzen formeln rausgesucht man muss ja silizium letztendlich dotieren dass es ein bisschen leitfähiger wird der halblätter leitet an sich selber erst mal ganz mies also wird irgendwie dotiert das heißt also mit fünf oder drei wertig und dadurch entstehen sozusagen die fehlstellen oder halt sozusagen die elektronen die leit die leitfähigkeit herstellt so dabei ist der sich durch rechnet durch schwellwerte und so weiter meine baustelle im augenblick ist die standardzellenbibliothek also wirklich welche gatter brauchen wir alle und gatter oder gatter müssen wir die inverter vor die gatter legen oder nach der werte wollen wir in werte werden wie groß sollen die transistoren werden welche auswahl an zellen brauchen wir eigentlich wie kriegen was vollständig hin es ist ein riesen ding also ich habe irgendwie so um 45 50 serien habe ich irgendwie schon so in der dokumentation drin also da läuft ja alles bei uns über github und dritte baustelle ist so die layout software dafür gibt es irgendwie von verschiedenen universitäten auch immer irgendwelche programme dafür aber die sind nicht so richtig von muss also wenn man sich da versucht irgendwie was aufzubauen layout des hakt an allen ecken und enden dass man sozusagen informationen aus einem tool rausfallen im nächsten nicht verwenden kann wenn die formate nicht stimmen oder irgendwie sowas also da gab es eine ganze menge zu tun also da brauchen wir sozusagen noch hilfe haben wir keinen im augenblick der sich wirklich da irgendwie so richtig drum kümmert ok nächste schritte also der david hat sich ja mit der technologie irgendwie schon durchgesetzt wir haben sozusagen jetzt schon klar vor vorstellung wie wir in welcher reihenfolge welche masken ansetzen müssen damit irgendwas passiert und letztlich unsere transistoren aus dem silizium rauskommen allerdings ein transistor malen ok nett aber wir haben noch keine standardzellen aber wir müssen wissen wie gut ist sozusagen physikalisch das was dabei rauskommt also gesagt okay wir müssen testwäfer machen also wir nehmen sozusagen irgendwie mal so eine struktur mal gut geraten wie gut die sein sollte lassen uns ein paar tricks einfallen viele tricks um sozusagen die sachen auch ausmessen zu können wir können ja nicht einfach so mit der nadel darauf gehen sagen das ist der transistor rechts ein beinchen links ein beinchen ausmesser ein pad hat etwa eine größe von 100 mikro mal 100 mikro meter ist also viel 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 größer als so ein kleiner transistor wenn wir jetzt dazu aber die leitung der rechts und links dazu machen und wie ein transistor in der mitte haben wir auch für fallstücken durch die leitung also wir müssen wirklich einfallen lassen wie wir solche sachen ausmessen dann sind wir dran aber ein paar gute ideen haben wir und jedenfalls wir wollen damit in den wafer produzieren in diesem reinraum wo diese teststrukturen draußen wo wir dann sozusagen okay nachträglich sagen können okay unser transistor hat mein wenig die und die verstärkung wir haben im poli den und den widerstand je fläche und so weit einfach so diese physikalischen sachen ausmessen und damit diese wenn wir diese werte haben können wir sein spice reinfüttern spice ist ein simulationsprogramm für analoggeschichten die meisten irgendwie elektrotechniker oder sowas von uni sollten um davon schon mal was gehört haben wenn man das haben können wir auch das layout malen also dann können wir irgendwie so gut abschätzen welche abstände wir einhalten müssen bestimmt zwischen bestimmten sachen ja wie groß um welche flächen werden müssen um wirklichen transistor zu malen denn irgendwie funktioniert das ganze können wir sozusagen in standardzellen umsetzen also erst mal um wie die einfachen nennt nur ein inverter den prozess irgendwie so weit hinkriegen also selber experimentieren wie lange müssen wir jetzt wirklich belichten damit der lack fest ist oder wie lange müssen wir jetzt schleifen wie lange letzten das ist ja immer so eine sache nach temperatur gucken nach zeitraum also zwei minuten fünf minuten also die ganze kochrezepte dazu zusammen basteln das letztendlich das was wir darauf gemacht haben als layout auch wirklich funktional ist also wirklich dann irgendwo und transistor arbeitet schaltet oder wie auch immer ja den prozess einfahren und unser ziel dabei ist eigentlich vielleicht ein bisschen sehr sportlich aber zu zum nächsten kongress vielleicht mit dem ersten chip rumkommen also von wegen irgendwo ein kleinen controller oder sowas muss nicht um wie groß ein paar quadratmillimeter okay das sind jetzt so die sachen wo wir uns treffen der mann will server also jeden sonntag 21 uhr hongkong time die ip port dazu die mailing liste das ganz normalen mailman kann man sich eintragen wenn man möchte lauschen was da passiert so und dann noch mal die informationen zusammen und ansonsten bin ich jetzt irgendwie frei für irgendwelche fragen die ihr habt seid ihr jetzt alle so geplättet keine fragen wie weit seid ihr denn schon mit den entwicklungen habt ihr irgendwas schon an hardware da oder das ist jetzt also der stand ist wirklich im augenblick der der david hat sich durch diese prozessdefinition da durchgebissen wir haben im github da da drunter die dokumente kannst du angucken kannst du gegen lesen und ganz sagen ist bullshit oder es passt ja und jetzt im augenblick ist es wirklich so ich muss mal wieder ein bisschen zeitfrei buddeln um an den standardzellen weiter zu machen und auch die testwäfer also die strukturen dafür einfallen zu lassen also wie man sowas ausmessen kann die parameter ohne sozusagen mit verfälschung zu arbeiten ein trick dabei zum beispiel ist dass man in werter nimmt nicht ein sondern viele hintereinander sagen wir so 150 stück und sowas wie ein ring oszillator aufbaut also in in werter wenn er irgendwie vorne flanke hat invertiert hat sozusagen delay drüber diese invertierung geht zum nächsten und so weiter das sozusagen über diese lange die die kette rundherum irgendwie entsteht eine oszillierende frequenz und die kann man ausmessen die frequenz ist abhängig wieder von irgendwelchen sachen also wie gut oder wie hoch liegt die betriebsspannung gehen wir mit der tübsspannung auf oder gehen wir runter ändert sich die frequenz die frequenz ist auch abhängig von prozessen also wie gut haben jetzt irgendwie dotiert wie leitfähig ist der transistor und da ist es auch wichtig zu gucken die kanal transistoren und die n kanal transistoren verhalten sich unterschiedlich haben wir es relativ gut ausbalanciert also sozusagen p und n etwa gleich schnell schalten oder haben wir um wie so eine riesen differenz dazwischen dies sieht man aber alles in reform was man noch machen kann ist transistoren sozusagen poli ist noch so ein wichtiger punkt also offen diesem etwas alteren betagten sagen wir so technologien wie wir so planen erst mal ist das geht für den transistor aus polysilizium dieses polysilizium ist eigentlich ziemlich mieser leiter deswegen ist es immer sehr interessant zu wissen was der für ein widerstand hat und wie gut die wie soll ich sagen das oxid zwischen dem poli und den sozusagen dem eigentlichen kanal ist weil das bestimmt wieder die kapazität vom geht und beide werte zusammen der widerstand und die kapazität macht eigentlich ein erzählglied sprich tiefpass und bestimmt also unser zeitverhalten ja also das wollen wir ausmessen und wie man sowas poly ausmessen kann ist zum beispiel eine sache wenn man ganz ganz lange leitung macht und sozusagen über die länge versucht das auszumessen und so zwei pads ganz weit hat länger ausmessen kurze stricken ist einfach der widerstand irgendwie zu ungenau kriegt man zu schlecht gemessen aber jedenfalls solche sachen muss man sich einfallen lassen was uns wichtig muss einfach irgendwie so zu sagen um einfach mal ein chip zu basteln wo solche teststrukturen drauf sind und man kann sozusagen auch mit ein schritt weiter denken die teststrukturen sind ja später auf dem wefer auch immer wieder drauf also irgendwo jemanden politiker oder manager oder sowas und wefer in die kamera hält sieht man ja auch mal so ein bisschen blinzen so die quadrate sind eigentlich in chips aber aber die chips wenn ja auch getrennt also da sind dann irgendwelche ritz gräben dazwischen also irgendwie eine distanz und in diesen gräben drinnen strukturen die letztendlich durchgeschnitten werden sind wieder solche teststrukturen drinnen meistens das heißt also wenn fertigung um gesagt ich will mal gucken wie verhält sich gerade mein prozess kann ja irgendwie mit proben drauf gehen kann nachmessen wie verhält sich das jetzt gerade sagt ja passt passt nicht schneidet durch struktur ist kaputt man kann sie nicht mehr benutzen aber man hat sozusagen nicht extra irgendwo silizium gebraucht oder sowas ja also das ist sozusagen unsere teststrukturen die uns einfallen lassen denn auch in solche ritz creme reinpassen wäre so eine geschichte ja also wir sind wirklich an dem punkt jetzt testwäfer zu basteln und damit drängelt schon weil er will sozusagen noch ausprobieren wie gut sein sein maskensatz ist also den rest hat er alles schon organisiert aber wir wissen wo wir die masken herkriegen wer sie fertigen kann wie viel das kostet und so weiter also stand der dinge wie lang ist dann die durchlaufzeit also ab dem zeitpunkt wo ihr die teststrukturen habt und das quasi in die factory transferiert wie lang braucht dieser prozess dann bis die ersten also wir haben es in dem fall noch nicht durchgerechnet aber im regelfall sind es etwa so zweieinhalb bis drei monate also das sind prozesse dabei zum beispiel siliziumoxid wachsen zu lassen da gibt es so genannten trockenen prozess und einen nassen ein trockener ist einfach so von wegen man nimmt einfach nur sauerstoff und wartet dass auf dem silizium jetzt siliziumoxid passiert natürlich relativ träge aber muss trotz auch sehr sehr hoch gehen mit der temperatur also über 1000 grad und es gibt sozusagen den nassen prozess man sagt ja der wäre ein bisschen schneller allerdings hat er wieder einen haken da entsteht freies wasserstoff und wasserstoff mit sauerstoff zusammen will man nicht haben ist natürlich knallgas also solche sachen und jedenfalls dieses wachsen lassen für so eine schicht einfach isolieren also man hat irgendwie metal leer macht eine isolierung drüber sind wir schon hier bei 12 oder 15 stunden oder so ja und es läppert sich auf die zeit wir können in rheinraum stundenweise tageweise oder sowas mieten aber es wird wirklich darauf hinauslaufen einen schritt machen lassen dann wieder auskühlen lassen und das dann um die nach ein paar tagen wieder weitermachen also das klingt ja jetzt so als wäre das was was für die fabless hersteller eben sehr wichtig ist weil die ja dann die die möglichkeit haben zu einem anderen hersteller zu gehen oder einfach so sein zu übernehmen und wie viele gibt es denn da die jetzt interesse angemeldet haben die gesagt haben ja wir werden euch unterstützen oder irgendwas okay du kannst ja an der stelle mal angucken den leiten talk den gibt es irgendwie noch bei vom david da hat er ganz viele logos dabei wenn er irgendwie schon angeträgt hat deswegen ja es ist wirklich für fabless ist interessant ist aber irgendwie auch für hacker interessant wenn sie sagen okay ich habe hier einen prozess und jetzt mach mal ja chinesen sind an der stelle ich vielleicht ein bisschen kompromissbereiter eine etwas größere fab sagen wir jetzt mal usmc oder weiß auch immer die haben er so geschichte dass sie ihre wefer produktion eingefahren haben also die wollen keine störungen drin haben wenn jetzt mit einem anderen prozess da kommt immer mal zwischendurch was anders dann stimmen irgendwelche parameter nicht mehr und haben die danach wieder probleme deswegen wollen die sowas nicht machen aber für solche reihen räume die irgendwo hinstehen vielleicht ein bisschen betagteren equipment oder so ist völlig in ordnung und wir wollen ja irgendwie nicht nicht super duper erstmal um die relativ bescheiden und david hat irgendwie ausgerechnet wir kommen etwa offen halbes müh wenn man mit der technologie und maschinen die erschaffen eigentlich bequem hinkriegen und was vielleicht auch noch interessant ist wenn du sagst fabless wenn jemand analog technik machen möchte es kann für analog analog ist auch sehr sehr interessante weil analog leute die brauchen sehr sehr genauer physikalische werte also transistor verstärkung widerstand und so ein kram weil die halt wirklich ihre analog schaltung damit aufbauen wenn die aber sich jedes mal an bestimmten prozess koppeln müssen dann können die nur sagen das was ich gebastelt habe funktioniert genau mit dem prozess und dann ist schluss genauso auch mensch technologie oder irgend sowas ist das sicher auch wichtig mag sein ja okay noch eine letzte frage bevor es mir die zeit wegläuft also chips in der in normalen hacker space fab lab herzustellen so sehr ich vollkommen utopisch also ich habe ein paar einfache transistoren schon mal in irgendwelchen videos gesehen aber so richtig chips mit herstellen so sehr ich dann also sagen wir so ist ist die technologie selber man braucht wirklich einen reinraum dafür dann ist einfach die fehlerquote zu groß also man wird es nicht auf dem küchentisch hinkriegen auch wenn man irgendwie scherze drüber machen kann aber trotzdem ist es für hacker space ist interessant gerade diese ein müh das ist vielleicht auch ein argument das ich bisher vergessen habe an der stelle wenn ihr versucht irgendwas mit ttl logik zu machen mit 5 volt zu arbeiten dann ist ein müh genau die technologie die ihr dafür braucht wenn die strukturen kleiner werden dann können die solche hohen spannung gar nicht mehr aushalten das heißt also sie senkt dann irgendwie spannung ab dann gibt es dann irgendwie 3,3 volt 2,5 und weißt du in den ganzen kleinen sachen aber sozusagen ein müh ist wirklich noch die technologie für 5 volt tolerant kein problem und letztendlich auch wie ein adroino ersetzen oder selber schnitzen ist damit kein problem und ihr habt ein vorteil können wirklich freie sachen drauf machen also keine blobs mehr wie beim raspberry pi für grafik oder wie auch immer okay dann danke fürs zuhören und 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 Vielen Dank.